Hey, hallo, ja, eine quick and dirty Geschichte fällt mich gerade ein, weil ich gerade im Blocken bin. Die Geschichte mit dem Bohrer und dem Baumarkt. Es gibt also eine legendäre Marketinggeschichte, ja, der Kunde geht in den Baumarkt nicht um sich einen Bohrer zu kaufen oder eine Bohrmaschine, sondern um Löcher in die Wand zu machen. Ich sage meinen Kunden gerne was anderes, ja. Der Kunde geht in den Baumarkt, um sich eine Bohrmaschine zu kaufen und um Löcher an die Wand zu machen, um Bilder und Regale aufzuhängen. Bitte keiner, absolut keiner braucht Löcher in der Wand. Denk mal drüber nach. Ciao.